Nee, ich kann auch einen anderen Suggeln. Ah! Wow! Stream ist leise. Inhalte werden empfangen. Ne, Inhalte empfangen werden. Dann ist alles gut. Und die Schilder auch? Äh, oh, 444 Aufrufe, 18 Abonnenten, ich bin krass. Hast du sogar 444 aufgerufen? Hm. Tanki-Texter. Ja geil, die Caps-Lock-Taste war noch an. Horror-Stream mit Diggi, das Stream heißt tatsächlich so? Ja, die Qualität ist geil. Ich hab das Gefühl, OBS zieht weniger Internetleistung als GeForce Experience und es sieht geil aus. Guck dir das an. Ja guck, 720p, das ist HD. Okay, sorry. So, jetzt spielen wir SCP. SCP, oder wollen wir einfach nur mit Slender zum Warmachen? Slender zum Warmachen? Nee, oder? SCP, SCP. Wir werden gleich mal mit dem Haken scheiß Leute. Ja, das spielt der Mattes für euch. Ja, ich ne Runde, du ne Runde, würde ich mal sagen. Ja. Das Spiel ist ja random, das ist nicht das Problem. Ja. So, dann, komm mal auf Start hier. Warte, nee, nee, nee. Nein, 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 warte. Wir müssen noch aus dem Game raus. Ich muss die Lautsperre noch anpassen. Oh, ja. Oh, ja. Das ist voll weh. Ja, du fette Pistöhle. Schnauze. Hunde sind scheiß. So. Jetzt ist der Mattes am Start. Du musst Alt plus Z drücken. Nein, 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 nein. B, A, S, D. Ganz einfach laufen. Dein Drehen. Oh, wie lecker das Spiel. Oh. Scheiß, was ist das? Willst du Kopfhörer? Nee. Kann ich denn noch irgendwas machen außer zu gehen? Nein. Du kannst nur gehen. Das ist erst mal ein Spiel. Bitte kommentieren nicht. Ja. Was ist das? Ist das eine Tür? Nein, äh, Stopp-Anfrage. Spiel ist etwa 15 Minuten so viel leitet. Okay. Fuck my life. Scheiß, jetzt ist das ein großer Raum. Nicht zurückgehen, Junge. Nein, ich geh gar nicht zurück. Fuck, ey. Was ist das für ein Spiel? Oh mein Gott. Noch viel nochmal um die Ecke, nochmal um die Ecke. Oh. Oh, Scheiß, hab ich erschreckt. Der ging Handy einfach an. Okay, ich bin noch eins schon unten. Noch eins weiter unten. Scheiße. Noch eins gleich weiter unten. Was war dein Rekord an unten sein? Ja. Okay, jetzt bin ich schon an fünf. Und da tauchen einfach irgendwelche Figuren auf? Mhm. Das ist scheiße. Fuck, jetzt erinnert mich ein bisschen an Slenderman Genome mit einer geileren Grafik. Und dass es keine Taschenlampe gibt, ist schade. Dass wir das ganze Spiel nochmal ein bisschen vergeilern. Vergeilern alles. Was heißt diese Geräusche? Nichts. Alles klar. Eigentlich ist das das sinnloseste Spiel der Welt, ne? Du bleibst einfach nur runter. Runter, 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 runter. Oh fuck. Ich weiß, was soll ich machen? So, wie soll ich wegrennen, wenn was irgendein Tier kommt? Nein. Muss dadurch nicht. Okay. Aber eben ein Kürbis. Verdammt, ich habe 18 Abonnenten. Ah ja. Äh, auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ich nichts mehr schon gemacht habe. Auf jeden Fall finde ich es super, mega, heftig, geil. Einfach 18 Abonnenten. Das ist... Natürlich geil. Äh... Ich meine, wann hast du mit YouTube... Oder wann haben wir mit... Du eigentlich mit YouTube angefangen? Letztes Jahr. Scheiße, diese Geräuschkulisse, ey. Oh fuck, ist das ein Abfuck. Ja. Ja, ich weiß, 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 ich weiß. Ich weiß. Jetzt gehen wir nicht auf Ei, okay? Ja, ähm, was wollte ich denn das sagen? Ja, 18 Abonnenten. Geile Sache. Geil, geil, geil. Äh... Ihr könnt uns ja mal anschreiben. Boah! Man könnte ja, man könnte ja sagen, dass man irgendwann... Wenn wir 20 Abonnenten haben oder so mal mit jedem Abonnent, der Teamspeak hat oder so mal auf dem Teamspeak abhängt, meine Runde zockt oder so. Wäre vielleicht eine ganz coole Idee. Man könnte ja sagen, wir verlosen das. Ich meine, das ist ja so eine geile Verlosung. Ich meine, wir sind halt ziemlich große YouTuber. Und da ist es natürlich schon echt eine Ehre, mit uns auf dem Teamspeak abzuhängen. Was ist das für ein Spiel? Ich habe die ganze Zeit nur im Kreis, Alter. Oh man, mittlerweile ist dieses Spiel so wie mein Kopf langweilig. Ah nee, jetzt kommen wir nicht mehr mit irgendwelchen Horror-Psychospielchen. Naja. Naja, 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 naja. Ich habe keinen Respekt. Ihr könnt uns mal in... Woher ihr kommt, ob ihr aus Deutschland seid oder ob ihr Amerikaner oder ähnliches seid. Äh... Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Neil, du bist halt eine Nataschenlampe, das ist mir klar. Voll legit. Fuck, bin ich gleich tot? Scheiße, was ist das? Das ist normal. Nicht wieder hochgehen. Ah fuck, ich kriege gleich wieder hoch. Scheiße, Leute. Alles klar, was ist das für ein Spiel? Locker habe ich gleich den Monitor kaputt, ey. Dann kriegst du Ärger, aber ich koste nur die Ziele. Ich stehe hinter dir. 16 Euro. Geh weg. 60? Oh fuck. Jetzt geh weg. Ich stehe hinter dir. Ey, kann es sein, dass Angelruten scheiße teuer sind? Das ist ja nicht mal gut. Ich dachte, die wären günstiger. Dann koste auch 30 Euro. Aber gut. Ich hol mir nämlich eine von 50 mit einer Rolle dabei. Aber ich hol mir eine ziemlich billige. Über das Internet, denke ich mal. Weil das heißt, über dieses... Jetzt geh weg, Idiot. Du nervst mir jetzt. Ich spiel grad ein Horrorspiel. Da kann ich dich nicht noch gebrauchen. Du bist schon Horror genug, ey. Aber gibst du mir immer nen Kopf. Ich geb den Kopf so wie deine Freundin. Oh mein Gott. Ich bin ein Stock mit 19. Lass es doch, du Ficker. Ja, ich hoffe keine Freundin. Das ist jetzt geil. Tja, aber hättest du eine, würde sie dir nen Kopf geben. Nee, würde sie nicht. Sie würde dir ein BH-Köpfchen geben. Oh. Oh. Da ist ja mal wieder eine richtig lustig. Ich seh's genauso wie immer. Standard bei mir. Kann sein, dass man irgendwie gar nicht sterben kann oder so. Vor allem hier, das ist die ganze einfach das gleiche, Alter. Jetzt, wenn du mich mit dem blöden Zirkelding stichst, ne? Alles klar, was ist das jetzt? Okay. Das war ein blaues. Bei Nacht im Dunkeln ist das Spiel schlimm. Kannst du dir das vorstellen, dass das Spiel dann schlimm ist? I play Pokémon! Ich spiel das nächste Spiel aus. Was spiel ich jetzt? Nee, jetzt spiel du. Hey, jetzt spielst du ne Runde, das spiel nochmal. Oh nee! So, 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 yo, 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 yo. Hey, komm, 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 komm. Setz mich mal hin, ganz entspannt und sitz jetzt hier oben. So, ich muss gucken, ob das Stream überhaupt noch läuft. Das Stream noch? Stream noch? Ich bin immer noch live. Ja, das erste Mal, dass wir länger live sind. Ey, lass mal gucken, ob wir auch nicht an, wann kann man das Spiel? Nee. Lass nachher, wenn wir fast noch ein anderes Gang spielen sollten, dass man mit Lehrer spielt, kann man auch nicht einfach mal vorbeikommen und an. Hm, ja. Kennst du den Mein-Suchts-Server? Nee. So, soll ich das Spiel jetzt auch nochmal spielen, oder was? Ich krieg... Haben wir schon Zuschauer? Äh, ich weiß es nicht. Ich müsste mal auf mein Tablet gucken. Ich hab jetzt schon wieder keine Lusten... Äh, nein, 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 lass mal. Oh! I can look about my Handy, man. Ja, 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 geiles Handy. Wir haben tatsächlich null Zuschauer. Das ist natürlich die Kacke. Naja, äh... Das ist ein ungeschnittenes Video, ne? Äh, naja, ähm, wer gerade zuguckt, der bitte mal, ähm... Äh, was in die Kommentare schreiben, würde ich korrekt finden. Guckt er zu? Nee. Keiner. Ja, falls der zuguckt, schaut auch so ein Live-Shift. So, let's go! Oh! War der Sound bei dir auch so laut? Ja. Ernsthaft? Ja. Kannst du mal leiser machen? Nee. Ha! Scheiß! Nein, nicht lauter. Es gibt ein Echo im Mikrofon. Ey, ich mag dieses Spiel, denn ich wohne einfach nur durch Gänge gehen muss. Ja, genau. Guckt man auch auf, Mann. Yeah. Oh, da gibt's noch mehrere von. Ja. Aber es ist schon irgendwo cool, oder? Ja. Wie fand's du das Spiel? Ganz cool. Hast dich erschrocken? Nee. Aber es war... Es war schon irgendwo gruselig, ne? Ja, diese Bilder waren halt. Aber man bekommt halt irgendwie auch... Es ist einfach irgendwann langweilig, dass man so runtergefahren ist, dass du nur so wenig halt erschreckt wirst. Stell dir vor, ähm... Ich bin jetzt halt relativ unrechtig, weil ich sag's nur so. Stell dir mal vor, du spielst es nachts im Dunkeln. Ja, okay. Draußen ist gewittert. Ja. Wir sind zu zweit. Und wir... Wir sind da gerade an... YouTube. Wenn wir wollten, ein paar Millionen, Milliarden Menschen raus, oder so. Das juckt das. Was? Dadurch ist die Anstrengung doch erst richtig groß. Ne. So. Ich bin grad richtig... Oh, ich bin grad richtig locker drauf. Ja. Aber mir auch... das Spiel ist random. Das Spiel ist wirklich random. Du wirst... Ich werd... Ich werd anders sterben und schneller oder später sterben. Warum ist es hier noch dunkler als sonst? Was ich blöd finde, es gibt keine, ähm, kein Menü in dem Spiel. Wenn du Escape drückst, bist du gleich raus. Das ist schon ein bisschen scheiße. Naja, egal. Jusst, wie ist das Echo eigentlich ... Ja, vielleicht werd ich jetzt auch ganz... están soپhell vedriide... Wahrscheinlich werd ich jetzt dreimal gescabert und beim dritten mal sterdisch erst. Das ist doch immer so, ey. Da denkst ja so, ja wenn Äras zu erschaffen, ist das auch easy. Aber... O klann wird das doch nix. themes der Kampfregenwurm kommt. Du. Oh, ich will anatmen. Okay, meine Güte, atme ruhig weiter, das stört mich nicht. Rechts oder links? Links. Rechts? Geradeaus. Rechts. So, let's go. Ich bin gerade leicht verstört, verängstigt, aber passt schon. Im Grunde genommen hätte ich aber nicht direkt eingehen können. Naja. Welches Stock? Stock 12. Uh. Was ist höchstens noch 10, 15 Stockwerke, aber mehr nicht. Da, du, da, war das. Er ist doch. Oh, ich hab, ich hab' einen Trampeln gehört. Nein, war es nicht. Das ist schon einmal verstörend, oder? Ich hab' mich nicht wirklich, ich hab' mich leicht erschrocken. Ich bin... Ich hab' mich ja gar nicht, das ist komisch an dem Spiel. Ich mich so ein bisschen. Hattest du den Typen auch? Naja. Dann weiß ich schon. Ja, da war'n so ein ähnlichen. Irgendwann kommt gleich so ein Türkel drauf. Take me. Take me. Okay, gut. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Die Türkeitschen. Du musst deinen Oberstchenkel nehmen und musst ihn so machen. Garantiert nicht. Ich hab' bekommen, wenn ich das jetzt so mache. Voll kann dann so richtig stücken. Ähm... Gebe ich dir was bei Igor aus. Okay. Oh. Aber richtig, warte. Aber richtig... Naja, so kann ich auch so flach. Wenn dann schon einmal richtig so... ...putz, dass es in dir reinsteckt. Alter, das tut mir scheiße. Mir darf'n echt leid. Ja, dann... Okay. ...wird das wohl nichts mit Igor. Ja, der Typ verstummelt sich hier grad selber, damit ich ihn was bei Igor ausgebe. Wir haben so einen Laden auf der... ...Straße. Oh ja, sie sind diese Räume, ne. Die... 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 Ja. So. Mach. Haha. Komm, ich steig. Bist du blöd oder so? Das war gar nicht in deiner Haut. Was war... Die scheiße, meine Haut. Ey, das Ding baut sich hier überall, du. Ist da Blut waren jetzt? Ne, ne. Aua. Geh weiter. Da. Ich guck dir grad zu. Mal gucken. Hahahaha. 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 Ja, richtig... Ja, richtig tiefem Fleischwunde war das. Häh, nö. Na, ich steh nicht so auf Selbstverstümmelung. Nur ganz leicht. Nee. Nur ganz leicht. Ich steck mir keinen... Ich krieg Tätanuss. Du bist doch krank oder so. Es wird dunkel. Wow. Ja, das war genau die gleiche Kraft wie von mir. Naja, egal. So. Was machen wir jetzt? Ich bin für das Linder. Welches Linder? Mention. Du. Spielst das dann aber, ne? Null Zuschauer. Wuh. Hahahaha. Geil. Welche 20s, Junge. Egal, Typen. Hä? Wollen wir ein Let's Watch machen? Nein. Ich muss gucken wegen Copywalt. Warte mal kurz. Live. Stream. Live Stream. Warte. Zuschauer. Zuschauer. Counter. Gibt's das, Google? Na egal. Mention, willst du spielen? Mention. 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 Das mag auch. Ich hab nur Saft zum Mittag gegessen. Ich hab nur Saft zum Mittag gegessen. Ich hab nur Saft zum Mittag gegessen. Mention. Ich hab nur Saft zum Mittag gegessen. Ja, ich hab nur Saft zum Mittag gegessen. Mention. Mit Rouladen. Ach ja, das ist diese Gurkensonne, ne? Mention. Naja. Ich hatte so ne fettige Wurst drin. Wurst? Ja. Gibt's auch mit Wurst, ja. Gibt's auch mit Wurst, ja. Das war, das war Kalorien pur. Wartet mal. Ich möchte, ich möchte noch kurz den Titel, äh, Sound. und den sollt ihr alle hören. Ich liebe Zirkel. Hahaha. Warte, nein. Warte kurz. Hallo? Warte mal. So, hallo. Jetzt dürfte es gehen. Jetzt dürfte die Audio vom Game auch zu hören sein. Und auch deutlich zu hören sein. Warte kurz. Ich bin hier noch in OBS, tut mir leid. Ich stream das erste Mal mit OBS richtig. Deshalb dauert das ein bisschen und es tut mir leid. Plus Rauschunterdrückung. So, Rauschunterdrückung ist aktiv. Hallo. Ah, ich mach die Rauschunterdrückung raus. Sorry, das... Na, ich weiß nicht, ob die gut ist. Fern. Tut mir leid. Äh, ja, wir können jetzt Lens spielen. Launch. Oh, schau. Ah! Schöne Runde Slender Mansion. Geilstes Spiel. Äh, ich find echt das beste Spiel als der Slender Reihe. Ne. Doch, auf jeden Fall. Horn. Ne, Horn ist nicht meins. Muss ich ehrlich sagen, das dauert mir einfach zu lange, das mit zu offen. Hast du auch Angst bei Horn? Ne, bei Horn hab ich gar keine Angst. Bei welchem Spiel hast du am wenigsten Angst Slender? Ja, natürlich bei Mansion. Ehrlich? Am wenigsten. Ja, auf jeden Fall bei Mansion. Und am meisten? War 8 Pages. Hä? 8 Pages sind so random. Ja, das ist es ja. Ja, genau, mal ein bisschen leiser. Alles ganz entspannt, Leute. So, 14 Stück. Okay, weiter. Mach weiter. So, jetzt geht's richtig los. Hoos. 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 Ja, leicht. Wer passt? Ja, ich wollt grad sagen. Ich stehe mit OBS, also falls Probleme auftreten. Ich kenn mich mit dem Programm noch nicht so gut aus. Geh mal gleich ins Pate-Zimmer. Maior. Ich geb weiter an den Horror-Experten. Und ich will schon nicht mehr. Oh, ich hab jetzt schon wieder keine Lust. Hoos. So, ich geh direkt in den Neubau. Da das sonst ja ne Falle ist, am Ende. Wenn du schon ein paar Monumente hast. Das heißt Monumente nochmal Erinnerungen, ne? Mementos. Mementos heißt das? Ja, das heißt Monumente. Ja. Monumente sind sowas für große Denkmals. Achja. Es leckt ja hart. Ja, aber es ist leckt spielbar. Fuck, hier geht's runter. Hä, wo komm ich denn in den Neubau? Die Bratpfanne. Hier im ersten Stock gibt's keine Pfanne. Das hier ist kein Neubau, der Neubau ist oben. Nein, ist er nicht. Klar. Nein, der ist hier unten. Nun, da brust er hier unten. Hier unten gibt's aber keine Falle. Doch, hier gibt's doch eine Falle. Ja, hier gibt's ne Falle, definitiv. Wo komm ich denn in den Anfangsraum? Da ist das, der Anfangsraum. Je öfter man das Spiel spielt, umso transiziver wird der Slender, hab ich das Gefühl. Ne, das ist bei Eight Pages ein bisschen so. Ja, hier aber auch. Ja. Da stand ja eben da schon direkt. Ja. Ja. Ja, hinter mir wär auch schlecht. Wo ist denn dieser Blöde Neubau? Oh, da ist der Cookie. Rohbau meinst du? Rohbau meinst du? Rohbau meinst du? Ja, dahin ist er. Ja. Das ist natürlich mit drei Monumenten jetzt schon kritisch so ein bisschen. Mementos. Mementos. Ich sag einfach, warum bei den Monumenten, das ist jetzt mein kleiner Gag. Monumenten, Monumenten, Monumenten. Ist das ein Gag? Ist das einfach nur ansehen, dass du nicht reden kannst? Nein, ab jetzt ist das ein Gag, weil ich den da vorne hab. Schreib mal alle Hashtag Monumenten in die Kommentare. Hast du keine Ruhe? Ja. Ab jetzt. Wenn ich fly mag, flying. Mach das jetzt ab. Hashtag abgehoben bin ich. Das ist nur so schnell. Die Fresser. Du bist jetzt flying Mementos. Ja klar, Junge. Flying yo Mentos, wenn. Und kost jo 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 jo. Oh. Oh Leute, ich wünsch wieder euer flying Mementos am Start. Jomentos. 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 Du bist aber nicht mal für. Ne. Mach mal Spur. Viel Spaß. Hm? Ja alles gut. Hey Mann, da muss immer ein Schlüssel sein, ey. Wollen die mich eigentlich verarschen? Wie ist hier ein Schlossseil? Innen. Da ist das Bild. Da ist das Bild. Ja ja. Da ist das Bild. Wo denn? Geh doch mal. Ne. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich glaube der lag da auf dem Tisch. Nein, der lag da nicht. Oh. Oh. Ich bin so hart. Ich bin so schwer. Subway. Das ist geil. Äh. Da. Da ist der Lüssel. Da ist der Lüssel. Da ist der Lüssel. Oh bist du dumm. Ich dachte es auf dem Tisch nicht passt. Ein Monument fehlt mir noch hier unten. Wie viel hast du noch? Fünf. Glaub ich nicht. Ne sechs. Also haltet es schon sechs ab? Okay das ist dann da. Ein bisschen weg. Fuck ist das Bad. Wie komm ich denn jetzt zurück? Alter das ist länger als Agro. Ha das ist aber oft. Nicht schon unten weißt du. Fuck hier ist der Scheiß nur... Ja. Ich hoffe das ist unten. Ich denke das ist nicht der Schluss für unten. Ich denke das auch. Ich denke das auch. Oh Glück gehabt. Kommentieren bitte. Ja ja. Ja sorry sorry sorry. Irgendwann ist man dann schon ein bisschen angespannt wenn man ihn ein paar Mal begegnet ist. Dann wird es auch einfach schwer zu äh aufs kommentieren. Ja ist das auch. Aber es ist trotzdem schwer wenn man halt ihm schon so ein paar Mal begegnet ist er noch weiter vernünftig zu kommentieren. Oh und dann habe ich auch noch so Halskratzen so ein bisschen. Fuck was denn da? Wo ist denn dieser dumme Raum? Rechts. Rechts. Da. Dann geht es jetzt mal für mich nach oben. Was ist das? Was für ein Glühstück ne? Ja. Ein Glowblowsticker. Ich will auch ein Glowstick haben. Hast du Glowsticks? Ja ich bin Glowstick. Hä. Äh äh. Ist das ein Monument? Nein! Oh Mann. Du schließt das Spiel so lange als du bist. Ja ja. Ja ja. Das ist so unpraktisch. Ist so. Kenn ich, kenn ich. Du weißt es da oben gerne ist. Ich weiß. Nicht nach rechts gehen. Warum nicht nach rechts? Rechts ist nichts. Rechts gehst du erst, wenn du unten alles abgeklappert hast und hier nur noch eine Sache fehlt. Dann kann man das nochmal machen. Normalerweise geht man da nicht. Sechs hab ich. Scheiße. Fehlt mir von unten, äh fehlt mir mittlere Taschen mal eins. Hier oben sind glaube ich drei, mittlere Taschen sind sechs und sonst sind auch immer drei. Das weiß ich natürlich als aktiver Slender-Spieler. Eigentlich auch Slender-Spieler. Okay, links. Wenn er da nicht steht. Der Toilette ist vor allem drin. Ehta. Wenn er auf der Toilette liegt, ist es in der Sackgasse los. Nein, hier ist nichts. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist eigentlich so. Da war's noch im Vorbild eines. Na klar, umdrein. Ich seh jetzt noch zu kurzem Geil auf den. Ach was, scheiße. Mich wieder ein Bart. Im Bad steht er gerne. Ach, das ist so für die... Ach, das denkt nicht irgendwie Leute aus. Nein. Keine Ahnung, von Slender. Mensch. Im Bad steht er gerne. Ja klar. Ist auch so. Ach, so. Als ob du so ein Glück hast heute! Tja. Das ist der Slenderflüsterer. Hey Slendibandy, chill doch mal ein bisschen bitte. Let's go! Ich gehe jetzt einfach direkt in den Keller. Scheiße. Ich hätte sein können. Du spielst so lang, aber du bist immer blöd, hab ich das Gefühl. Ja, ich hab's doch schon relativ lange nicht mehr gespielt, das weißt du doch. Ja, ich hab's schon relativ lange nicht mehr gespielt, das weißt du doch. Ja, ich hab's schon richtig geile Glatze. Ja, ich hab heute ne geile Glatze. Er hat ne Glatze, das müsst ihr wissen. Ja, ich hab ne Glatze, on forward. Ja. An zwei Orten. Hallo. Oh, scheiße. Das ist wieder mal fuck. Ich hab'''Obsa jungle und vers könnt'ü. Das war's für heute. Was? Schade. So Leute, meine cool Runde ist da. Der Vater von Nils, äh, von Tanki ist gerade da. Hat Spaß gemacht hier. So, ähm, jetzt wird es wahrscheinlich gerade ein kleines Duo unterbrechen, weil ich mir das hier ziemlich auskühle. Einfach mal ein paar Sekunden weiter scoren. Bis gleich, ciao. Jo, bin wieder da. Back on his PC. Hier. Na, wachst du da? Ne, ich bin gestorben. Was? Ich bin bei, ich glaube, sechs, äh, acht oder neun Monumenten gestorben. Okay, warte mal. Hallo, ich möchte nicht spielen, aber... Mein Kopf, was oder was wird jetzt noch? Mein Kopf, persönlich, ja, warte. Aber erstmal noch mal gucken, ob der Stream noch läuft. Ein Zuschauer. Hallo, du kannst gerne was in der Chef. Chef, schreibe was in der Chef. 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 Ha, wie wäre ich cool? Ja, ich. Ich habe schon ein Video aufgeladen. Und jetzt war er kurz weit gegangen. Hm, mh. Aktuelle Zuschauer. Ein Zuschauer. Hallo, mein Zuschauer. Hallo. Sagen Sie mal. Ja, da kann. Da ist es. Das ist Tanzverbot, oder was? Tanzverbot Live-Chat, bitte Nein, darfst du nicht Nein, hattest du noch nicht Nein Für Gast, aber nicht fürs Richtige So, Live-Chat ist jetzt offen, bitte was schreiben Ich weiß es persönlich nicht mehr Nein, das liegt hier nicht Nein, das lag da noch nie Das lag da aber noch nie Ja, natürlich So, MeinCourt Ich kann es dir nicht geben, wirklich nicht Ich weiß es nicht Nee OneTime Ja Ja Hä, MeinCourt 189? Ach ja, doch, jetzt launch es Gut, bitte was in Live-Chat schreiben Immer noch Wir sind live, ja Sag dich doch, MeinCourt ist aufgeschmiert Ja Ja Lauch, ey Nö Von dir euch keiner spricht Nö Von dir euch keiner spricht Ey, nicht mit der Zirkenheit Wow Hast du denn nicht mal gemacht? Du hast du vorher abgestoppt Ja Da war eben Geld zwischen Nein, da war kein Geld zwischen Ich hab kein Geld nach Ich Flachpfeife Ich Flachpfeife MeinCourt Ja MeinCourt Ja Nett Könnt ihr vielleicht anderes auch in das Über das Server Wollen wir dann auf dem Server vom Celtics? Der hat keinen Doch, der hat einen Server Ich weiß nicht, ob da Leute sind Nee Warte mal Oder wie heißt der Celtics? Ja, das ist äh Celtics verbinden Ist Celtics dein russischer Freund? Oh ja Nur mein russischer Freund Ja Nein, ist es nicht Nee Verbindung zum Server fehlgeschlagen Hast du kein Internet? Doch, ich hab Internet Wie hast du es geschrieben? Ja, ich hab's richtig geschrieben Nein Mann, das ist ein ganz anderer Teamspeak, das ist der von äh Zedix Error 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 Warte kurz MeinSucht.de MeinSucht.net Sag ich doch Na, ziemlich klein Ja, also ziemlich gut und super Oh Gott, wo ist denn hier mal Nature Girls YouTube Warte mal, live Hallo Was? Seid ihr auch grad live? Warte, schnauze mal Ich hab kein Dingses bekommen, keine Talkpower Ey, ich kann hier drauf nicht reden Oh Mann Ich muss nur mal einen der Hey, ts.playmine.mc Server ist Whitelist Schreib mal Name von MC Warte, ich muss mal gucken welchen Namen ich hab in Minecraft Welchen Namen hab ich? Nein Nein Doch es ist komme Doch es ist komme mit TX 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 Interessanter TX 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 ne kann er nicht so wie heißt ich denn jd ich heiße kefma k a t h m e r ich hab mich nicht so genannt das ist ein alt ja das ist ein alt egal verstehst du nicht das ist ein account an dem man nichts ändern darf weil ich meinen account verbasen habe ich muss mich darum kümmern deshalb heißt es alt darf an dem nichts ändern du verstehst nur wieder gar nichts du verstehst nur wieder gar nichts verstehst du recht ja gott auch was du bist du ja klar du leih gold ne ne boah kefma heiße ich in minecraft kefma ne 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 es gibt tolle neue Maps auf GOMOMO GOMOMO nee Handy, er ist Handy ich beende den Stream auch gleich ich kann Bock mehr, gehen dann aus ja, als ich, wir gehen trotzdem raus weil wir da zum Beilahn so viel ran müssen? es gibt kein Beilahn nur Baikal ich teste nichts mehr ich hab neuesten böses Schreiben bekommen ich hab wegen meinen unseren letzten Test mit diesen Produkten von Supermarkt X-Saison ähm, Ding sind es hier die haben geschrieben, ja, die wollen das nicht wenn die es noch einmal machen, gehen die rechtliche Schritte ein und so von den Aldi Produkten die wir getestet haben in einem Video von ein paar Monaten das war aber Aldi ne Penny da hab ich Stress mit dem bekommen ich soll das eigentlich gar nicht zeigen die Leute soll das eigentlich gar nicht zeigen ich schwöre es, ich schwöre es ist so du kannst meinen Designer schreiben Celtics, wir haben doch damals dieses Schreiben von Penny bekommen dass sie es nicht wollen, dass wir deren Produkte verunstalten und so also das wird jetzt Celtics auch bejahen können es war halt so ich glaubte gar kein Wort ist es aber so ja fragt Celtics, der wird jetzt ja fragt Celtics, der wird jetzt geile Met Feuheit ich weiß das ist ein cooler Server mittlerweile wieder also es hat die nachgelassen so ein bisschen die Böse äh, sind sie immer noch am nachgelassen, ey jetzt wussten ja sie da unten dann sind sie da neben ein Goldsachen, also Schnauze, ey und euch hätten beide das besser halten können ey das, das ist Mobbing ja, ist aber so gerechtfertiges Mobbing oder sowas gerechtfertiges? gerechtfertiges aber muss ich jetzt kurse ich sollte nochmal mobben wegen deiner Sprachbilder, Alter oh oh, welche Sprachbilder? oh nein, Spaß nein, Spaß das war kein Spaß das war ein Prank Prank Social Experiment, Alter Prank war das? kein Social Experiment das war ein Prank ich weiß nicht mehr, was ein Social Experiment ist ne, weiß auch nicht ist halt einfach dull, ne? ne, das war ein Prank Prank 24 Stunden Video trennen, cool, geil, ja Prank den was willst du von 24 Stunden Videos? äh, Videos oder Streams 24 Stunden Video gibt's nicht doch klar gibt's nicht Hashtag Apo Apo kein 24 Stunden Video gemacht na klar mit Leon natürlich 24 Stunden Video was? nein oh die sind sogenannten 24 Stunden Videos die sind 24 Stunden irgendwo einsperren äh Clickbait und Fake genau das ist kein Fake das ist kein Fake doch das ist kein Fake, die hat gerade ne gerichtliche Verhandlung du weißt wie easy man das faken kann ja ich weiß wie easy man das faken kann und das haben die auch gefakt ja ne gerichtliche verhandlung ja ne gerichtliche verhandlung easy man mit word geschriebenes Dokument das ist das ist das ist alles Fake Junge denkst du die haben ernsthaft ne gerichtliche Anzeige bekommen? haben sie halt nicht ne? haben sie mein Kopf ist Standbild alles klar gut wir beenden den Stream jetzt eh ciao die haben keine Anzeige bekommen ja man kann sie gerne googeln ja man kann sie gerne googeln